Oh, guck mal. Lars Schmidt ist schon wieder bei Facebook unterwegs. Der ist so nervig, dieser Typ. Lars Schmidt ist einer Typ, selbst beigetreten. Lars Schmidt genießt die Ruhe am Rhein. Lars Schmidt möchte mit dir befreundet sein. Nimmst du an? Danke. Mittags um 12, Lars Schmidt trägt ein Kölsch. Hashtag YOLO. Lars Schmidt kommentiert seinen eigenen Status. Lecker. Lars Schmidt geht heute gepflegt spannend zurück. Boah, Lars Schmidt hat mich schon wieder eine Freundschaftsanklage geschickt, ne? Lars Schmidt möchte mit dir befreundet sein. Ich glaube, ich brauche mal ein neues Profilfilm. Radio Köln Reporter Lars Schmidt ist dem WDR beigetreten. Spaß. Das war's. Das war's.